Angefangen hast du vielleicht so. Heute fährst du hier rauf. Oder hier. Aber schaffst du auch das? Stark! Jetzt fahr hier hoch. Bei dem Wetter. Gegen ihn. Okay, okay. Die meisten fahren eh lieber runter. Das sieht dann so aus. Manchmal aber auch so. Dann sehen wir uns wieder. Damit du wieder das machen kannst. Oder das. Wow. Und vielleicht sogar das. Du willst biken? Bike mit uns.